Die Fußball-Weltmeisterschaft ist wieder in vollem Gange. Dieses Mal findet das Event in Russland statt und tausende Fans sind angereist, um ihren Favoriten vor Ort zu unterstützen. Mannschaften aus aller Welt kämpfen um den Pokal und der Marktwert der verschiedenen Vereine ist so unterschiedlich wie die Spieler selbst. Zur Unterstützung bin ich heute Gast beim Wissensautomat. Meine Kanäle findet ihr in der Beschreibung. In diesem Video haben wir die Top 10 der teuersten VM-Teams zusammengestellt. Los geht's! Nummer 10. Kroatien. Auf dem 10. Platz befindet sich Kroatien mit einem Marktwert von 364 Millionen Euro. Damit ist dieses Team über 40 Mal so viel wert wie die Mannschaft von Panama. Der wertvollste Spieler Kroatiens ist Ivan Rakitic, der auch beim FC Barcelona spielt. Er ist 50 Millionen wert. Nummer 9. Uruguay. Uruguay kommt auf 373 Millionen. Der Verein mit seinem Starspieler Luis Suárez, der alleine schon auf 70 Millionen geschätzt wird, konnte insgesamt zweimal die Weltmeisterschaft gewinnen. An der WM war das Team schon 13 Mal beteiligt. Nummer 8. Portugal. Bei der WM von 2014 konnte sich Deutschland gegen Portugal mit einem Endergebnis von 4 zu 0 behaupten. Dennoch waren es immer gefürchtete Gegner. Nicht zuletzt wegen des Frauenschwarms und Weltfußballers Cristiano Ronaldo, dessen Marktwert auf 100 Millionen geschätzt wird. Die gesamte Mannschaft liegt mit 494 Millionen, aber nur auf Platz 8. Nummer 7. Argentinien. Hier gibt es nochmal einen gewaltigen Sprung zum 8. Platz. Argentinien hat einen Marktwert von 700 Millionen Euro. Allein Lionel Messi liegt mit 180 Millionen nicht nur an der Spitze der Argentinier, sondern zusammen mit Neymar auch in der Welt. Zusammen mit Costa Rica hat Argentinien auch die älteste Mannschaft der WM. Nummer 6. Belgien. Überraschenderweise liegt Belgien noch vor Argentinien auf dem 6. Platz. Die Mannschaft wird auf 754 Millionen geschätzt. Das Team schaffte es zwar noch nie ins Finale, doch sie waren schon 13 Mal bei der WM dabei. Der Mittelfeldspieler Kevin de Bruyne ist mit einem Marktwert von 150 Millionen der teuerste Mann auf dem Platz. Nummer 5. England. Das Land, das den Fußball erfunden hat, schaffte es unter die Top 5. England hat einen Marktwert von 874 Millionen. Dieser Wert hat das Team teilweise zwei Spielern zu verdanken, die sich von den restlichen deutlich abheben. Mit 150 Millionen ist Harry Kane der wertvollste, danach folgt De La Ali mit 100 Millionen. Nummer 4. Deutschland. Die wohl interessanteste Mannschaft für die meisten von euch liegt mit 883 Millionen auf dem 4. Platz. Deutschland schaffte es viermal den Pokal zu holen, zuletzt 2014 als Argentinien aus dem Rennen gekickt wurde. Toni Kroos ist mit 80 Millionen der teuerste Spieler, wobei sieben Spieler des Teams mindestens 50 Millionen wert sind. Nummer 3. Brasilien. Das Team, das im WM 2014 Halbfinale von Deutschland mit sechs Toren Vorsprung abgezogen wurde, schaffte es mit einem Marktwert von 981 Millionen Euro in die Top 3. Neymar ist neben Messi mit 180 Millionen der teuerste Spieler der Welt. Außerdem nahm das Team bereits 21 Mal an der WM teil und konnte mit fünf Siegen die meisten Titel verbuchen. Nummer 2. Spanien. Mit 1,03 Milliarden Euro knackt Spanien die Milliarden Marke. Das liegt nicht nur an Sergio Busquets, der mit 80 Millionen zu Buche schlägt, sondern auch an elf weiteren Spielern, die mindestens auf 50 Millionen geschätzt werden. 2010 holte sich Spanien den Titel und wurde somit zum ersten Mal Weltmeister. Nummer 1. Frankreich. Die Franzosen stehen wertmäßig ungeschlagen auf dem ersten Platz. Wenn man die Werte der Spieler zusammenzählt, kommt man auf sagenhafte 1,08 Milliarden Euro für die gesamte Mannschaft. Der teuerste Spieler, Kylian Mbapp, hat einen Marktwert von 120 Millionen. Doch es handelt sich nicht nur um die wertvollste Mannschaft, sondern auch um die jüngste, mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren. 1998 schafften sie das Finale und gewannen die Weltmeisterschaft zum ersten Mal. Es ist wirklich unglaublich, wie viel so eine Mannschaft oder auch einzelne Spieler wert sein können. Was denkt ihr? Wer würde es ins Finale schaffen? Oder habt ihr einen bestimmten Favoriten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut doch unbedingt mal auf meinen beiden Kanälen ShotReport und MindFun vorbei. Dort erscheinen täglich spannende und unterhaltsame Videos. Die Links findet ihr entweder in der Videobeschreibung, im angepinnten Kommentar oder in der Endcard dieses Videos. Danke nochmal an Chris, die Zusammenarbeit war wie immer hervorragend. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne noch weitere Videos von ihm anschauen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal, ciao!